Meine verehrten Damen und Herren, nun folgt noch ein Medienkommentar zu einem Thema, das vor kurzem viele Menschen existenziell betroffen hat. Die Hochwasserkatastrophe von 2013, über welche wir bereits berichtet haben. Auch unser Dresdner Studio war davon betroffen, weswegen wir zwei Wochen nicht auf Sendung gehen konnten. Am 10. Juli 2013 meldete die Südwestpresse in großen Lettern auf der Titelseite. Schadensrekord nach Hochwasser. Diese DPA-Meldung stufte das Hochwasser im Juni 2013 als teuerste Naturkatastrophe aller Zeiten in Deutschland ein. Der volkswirtschaftliche Schaden durch die Überschwemmungen betrage über 12 Milliarden Euro. Am 4. Juni 2013 meldete die Zeit online. Höchste Flut seit 500 Jahren. Merkel verspricht Millionenhilfe. In Passau erreichte die Donau den höchsten Stand seit 1501. Seit 512 Jahren gab es also kein solch gewaltiges Hochwasser. Wir stellen heute eine Frage, die in den Mainstream-Medien bisher noch nie gestellt wurde. War das wirklich eine Naturkatastrophe? Wenn niemand mehr leugnen kann, dass es mit modernen Waffen möglich ist, das Wetter zu beeinflussen, zum Beispiel auch Regen zu erzeugen, dann muss diese Frage erlaubt sein. Der Nachrichten-Sender NTV berichtete am 04.02.2011 unter Berufung auf zahlreiche Wissenschaftler ausführlich über technische Wettermanipulationen. Aber auch in der CDF-Wissenschaftssendung Joachim Bublath wurde bereits am 06.06.2007 unter dem Titel Rettung für das Klima über Wettermanipulationen berichtet. Wenn selbst die Mainstream-Medien bestätigen, dass es heute möglich ist, das Wetter zu beeinflussen, dann ist diese Frage, ob das Hochwasser im Juni 2013 wirklich eine Naturkatastrophe war, nicht nur legitim, sondern unverzichtbar. Der US-Wetterfachmann Scott Stevens beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Wettermanipulation durch Chemtrails und HAWP. Er ist aufgrund seiner Wetterbeobachtungen überzeugt, dass die derzeitigen Wetterphänomene durch Chemtrails und HAWP beeinflusst und kontrolliert werden. Er behauptet sogar, dass dies auf dem gesamten Planeten geschieht. Stevens belegt dies anhand von Satellitenbildauswertungen von neuartigen Wolkenbildungen. Als Chemtrails bezeichnet man Kondensstreifen von Flugzeugen, die hochgiftige chemische Substanzen, z.B. Barium- und Aluminiumstaub sowie Nanopartikel versprühen. Im Gegensatz zu normalen Kondensstreifen bleiben diese am Himmel über längere Zeit sichtbar und verteilen sich dann zu einer milchigen Brühe. Aluminium-Pulver und Barium-Salz bilden in der Luft ein elektrisches Feld, das sich für die Militärs hervorragend zur Wettermanipulation und zur Übertragung von Informationen eignet. Die Trägerin des Alternativen Nobelpreises, die Wissenschaftlerin Dr. Rosalie Bertel, kritisiert die Sprühaktionen scharf. Ihre Auffassung nach führen diese Methoden unter anderem zur Verstärkung von Stürmen und zur Umleitung von Feuchtigkeit in der Erdatmosphäre, um so gezielte Trockenheiten oder Fluten zu verursachen. Sie geht sogar so weit zu sagen Ich denke, dass Kilm-Trace auch ein Träger für alle Arten von biologischer und chemischer Kriegsführung sind. Befinden wir uns bereits in einem Krieg, ohne es bemerkt zu haben? Wenn es die Natur über 500 Jahre nicht geschafft hat, solche gewaltigen Regenwasser auf die Erde zu werfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier militärische Wettermanipulationswaffen eingesetzt wurden, sehr hoch. Werden wir in naher Zukunft nicht noch viel gewaltigere Katastrophen erleben müssen, wenn wir solchen unangenehmen Fragen weiterhin ausweichen? Mit dieser Frage verabschieden wir uns von heute von Ihnen und danken, dass Sie mithelfen, dass diese wichtigen Informationen weiter verbreitet werden. Auf Wiedersehen!